Ich bin Barbara Jirat-Hutle, ich bin Architektin, Daniel Brutscher, Raphael König, Daniel Flatz. Ganz kurz noch eine technische Frage. Grifflose Möbel spielen bei uns eine extrem große Rolle. Grifflos ist schon ein Trend. Komfortabel für den Bediener, schonend für das Möbel. Entschuldigung, noch einmal von vorne. Die Bewegungstechnologien kommen recht früh ins Spiel. Welches ist jetzt wirklich? Ich tippe an, die Schublade geht auf, ich gebe ihr nachher einen Schub, die schließt. Servodrive-Tipp-On-Blue-Motion, normales Blue-Motion für Bänder und Klappen. Stellst du Fragen noch einmal? Gerade zum Beispiel eine Küche oder auch eine Ankleide. Das sind einfach nicht nur Designobjekte, sondern auch Funktionsräume. So warm. Ja, am Anfang.